Tiere, die im allerletzten Moment von Menschen gerettet wurden. Von einem Mann, der ein Reh vor dem Ertrinken rettet, bis zu mutigen Kindern, die ihren geliebten Hund vor einer Riesenschlange beschützen, sieh dir dieses Video an, in dem Tiere von Menschen im allerletzten Moment gerettet werden. Nummer 15 Die Rettung eines Elefantenbabys aus einem Graben Ein tollpatschig herumtorkelndes Elefantenbaby mag ja niedlich sein, aber nicht, wenn das arme Tierchen in einen Graben fällt. Als dieses süße Elefantenbaby in Kerala in eine Grube fiel und keinen Halt fand, erregte es die Aufmerksamkeit von Einheimischen und Forstbeamten. Mit einem Bagger trugen sie den Boden ab, damit das Baby herauskommen konnte. Schließlich befreite sich das ungeschickte Kind und eilte zu seiner Familie, die es mit herzlichen Streicheleinheiten begrüßte. Sieh dir das an! Die Elefantenfamilie dankt den Menschen mit ihren Rüsseln für die Rettung des Kleinen. Nummer 14 Die Rettung einer gefangenen Schildkröte Wenn du dich ins Meer wagst, siehst du vielleicht ein paar Fische oder den einen oder anderen Hai. Aber was, wenn du eine Riesenschildkröte entdeckst, die sich hoffnungslos im Seil einer Boje verheddert hat? Genau das ist einem Mann aus Kauai passiert. Die Schildkröte war aufgrund des Seils um ihren Kopf in großen Schwierigkeiten, aber der behinderte Surfer Michael Perrius befreite sie aus ihrer Todesschlinge. Er war mitfühlend und wollte der Schildkröte das Leben retten. Und das hat er mit Bravour geschafft. Nummer 13 Gute Samariter sind heutzutage selten, aber noch nicht ausgestorben, wie dieser Mann aus Texas beweist, der ein Reh vor dem Ertrinken gerettet hat. Das Reh hatte sich ins Wasser des Lake Conroy verirrt. Aber keine Angst, dieser freundliche Mann tauchte in den See, um das arme Tier zu retten. Wer hätte gedacht, dass Rehe genauso leicht ertrinken, wie sie von einem Löwen gefressen werden können? Nummer 12 Ein Mann rettet seinen Hund vor einem Bärenangriff Die Begegnung mit einem riesigen, knurrenden Bären im Wald ist ein Albtraum. Aber stell dir vor, ein Bär dringt ins Haus ein, weil ihm gerade danach ist. Walter Hickox aus Daytona Beach in Florida war zu Hause, als ein dreister Bär durch die offene Tür stürmte und seinen Hund verfolgte. Um sein geliebtes Haustier zu schützen, stürzte sich der Mann auf den Bären, schubste ihn aus dem Haus und versperrte die Tür mit einer Bank. Natürlich erhielt er Kratzer und Bisse als Ehrenmale. Typisch Florida. Nummer 11 Von Kojoten bis Pumas in Kalifornien sind Tierangriffe keine Seltenheit. Die wilden Tiere wagen sich erstaunlicherweise in menschliche Siedlungen und das nächste Video beweist, wie dreist sie sein können. Ein Mann aus Oceanside rettete tapfer seinen armen Maltipoo vor einer schrecklichen Begegnung mit einem Kojoten, der dem kleinen Tier Fleischwunden zufügte. Nummer 10 Ein Mann macht Herz-Lungen-Wiederbelebung bei seinem Hund Ratschläge wie Schling nicht so richten sich normalerweise an kleine Kinder. Aber natürlich können nicht nur Menschenkinder beim Essen Schwierigkeiten bekommen. Als dieses niedliche Hündchen in der Türkei eine leckere Wurst verspeiste, die ihm ein Ladenbesitzer gegeben hatte, blieb ihm ein zu großes Stück im Hals stecken. Der Ladenbesitzer rief einen anderen Mann zu Hilfe. Nachdem er das Futter aus dem Hals entfernt und eine Herzdruckmassage durchgeführt hatte, begann der Mann mit der Wiederbelebung des bewusstlosen Tieres. Zum Glück kehrte das Hündchen ins Leben zurück und freut sich auf noch viele weitere Würstchen. Nummer 9 Ein Mann nimmt es zur Rettung seiner Hunde mit einem Känguru auf Wir alle kennen Geschichten über treue Hunde, die ihre Herrchen und Frauchen beschützen. Aber kann es sein, dass umgekehrt ein Mann dasselbe für seine Hunde tut? Dieser Mann hat gezeigt, dass er alles unternimmt, um seine geliebten Hunde zu beschützen, sogar sich mit einem gemeinen Känguru auf Steroiden anzulegen. In diesem Video hindert ein älterer Mann in Central Victoria ein aggressives Känguru daran, seine Hunde anzugreifen, indem er ihm mit einem Stock auf den Kopf schlägt. Man muss den Mann loben, dass er seine Freunde beschützt hat. Nummer 8 Kinder retten ihren Hund vor einer Riesenschlange Wir haben bereits Tierhalter ihre Hunde vor Bären und Kängurus retten sehen. Aber was ist mit Schlangen? Würdest du gegen sie um das Leben deines Hundes kämpfen? Immerhin zählen sie zu den tödlichsten Raubtieren weltweit. Diese drei mutigen Kinder haben gegen eine Riesenschlange gekämpft, die ihren armen Hund umschlungen hatte. Während das verwirrte Hündchen nur da sitzt, versucht ein älterer Junge den Kopf der Schlange festzuhalten, während die beiden anderen die tödliche Schlinge um das Hündchen lockern wollen. Zum Glück ließ die Schlange die Beute los, sonst hätte es ein Massaker geben können. Nummer 7 Ein Polizist rettet einen Hund aus einem brennenden Auto Und noch eine Hunderettung. Wir können einfach nicht genug davon bekommen. Aus irgendeinem Grund geraten diese wunderbaren Tiere ständig in Not. So wie dieser kleine Kerl hier. Neugierig geworden? In diesem Video rettet Deputy Michael Gregorek in Colorado mutig einen Hund aus einem brennenden Auto. Dieser überschüttet ihn zum Dank mit feuchten Küssen. Also, 10 Punkte für Gryffindor, weil er sich bedenkenlos in ein brennendes Fahrzeug stürzt, um einen Hund zu retten. Nummer 6 Weißkopfsee-Adler werden aus einem Abflussgraben gerettet. Unter Adlern stellt man sich majestätische Raubvögel vor, die über Berge schweben und Beute jagen, die doppelt so groß ist wie sie. Aber nicht alle Adler sind so würdevoll. Einige arme Exemplare geraten in die Zivilisation. Und das nimmt kein gutes Ende. Dieses Weißkopfsee-Adlerpaar blieb in einem Entwässerungsgraben auf einem Highway in Florida stecken, behinderte den Verkehr und musste von den Behörden gerettet werden. Dieses Video könnte den Respekt vor Adlern schmälern, weil diese hier so albern aussehen. Wie könnten wir die niedlichen Lämmchen vergessen, die so oft in Schwierigkeiten geraten? Glaubst du nicht? Schau dir den nächsten Clip an. Ein Mann muss kopfüber in eine tiefe, enge Grube springen, um den kleinen Kerl zu fangen, der dort hineingefallen war. Es ist bemerkenswert, wie unfallgefährte Tiere sind, wo sie doch für die Wildnis geschaffen sind. Nummer 4 Menschen retten eine ertrinkende Krähe Und wieder geht es um Vögel. Man sollte meinen, dass ihre Flügel Vögeln einen Vorteil bieten. Aber auch eine coole Krähe kann einen schlechten Tag haben, genau wie Menschen. Zum Glück gab es hier ein paar Leute, die der Krähe aus ihrer misslichen Lage im tiefen Wasser halfen. Nummer 3 Eine Frau rettet ein Kätzchen von einer Brücke in Texas Wenn es um Tierrettungen geht, sollten wir auch über die größten Diven der Welt sprechen. Katzen? Das sind kluge Raubtiere mit den Genen von Geparden und Löwen in ihren pelzigen kleinen Körpern. Doch kleine Kätzchen vergessen ihre Klugheit schnell. Diese Frau fand ein niedliches Exemplar, das völlig unbekümmert am Rand saß. Anscheinend genießt es wirklich die Aussicht von dort oben. Mit neun Leben kann es das ja auch. Nummer 2 Ein verletzter Schnee-Liopard wird aus einer chinesischen Mine gerettet. Stell dir vor, du findest eines Tages einen Schnee-Lioparden an deinem Arbeitsplatz. Furchtbar, oder? Dieser Schnee-Liopard war in einer Kohle-Mine in China gefangen. Als chinesische Grenzschutzbeamte das verletzte Tier in einem Abwassertank in der Nähe der Minen fanden, alarmierten sie die Tierschutzbehörde. Schließlich gelang es, den Lioparden mit Hilfe eines Fischernetzes aus dem Wasser zu ziehen. Nummer 1 Das Video endet natürlich mit einem süßen Welpen. Diese Babys geraten anscheinend leicht in Schwierigkeiten. Dieses ist zwischen Betonrohren stecken geblieben. Oje, es sieht verzweifelt aus. Allein kommt der Welpe aus dieser misslichen Lage nicht heraus. Es scheint hoffnungslos für den armen Kerl zu sein, aber dieser Mann ist zur Stelle und rettet ihn. Ende gut, alles gut. Welcher dieser Vorfälle hat dich am meisten fasziniert? Lass es uns in den Kommentaren wissen und abonniere unseren Kanal für mehr.